So, immer zu C. Wir nehmen mal C auf das Schnelle hin. So. Ich werde mal ein bisschen Mumpel mitnehmen, kann nie schaden. C haben wir eingenommen. A ist schon eingenommen. Kommt Feind. Zurück bin ich ungefähr bei der Hälfte. Aha, okay. Das war unser erster Feindabschluss. Oder so, nur ein bisschen. Der Feind hat die Kontrolle über die Schlacht. Erobert seine Ziele. Bei 16 Munden und mit Panzersäure. Was ist denn da für eine... ...und wir sind mal drinnen bei A und versuchen mal hier A eigentlich. Auch kein Feind gesehen. Glauben, kommt scheinbar Tiger oder was das? Tiger kommt auch nicht klar. Ich bin der Einzelse, der vom Trupp Neuri ist, aber wir haben die Flagge. So, A haben wir geholt. Dann können wir jetzt zurück zu C sein, ob er offensichtlich wieder... ...den Feind in der Handy gefallen ist, ja. Hast du nicht verhindert? Nee, aber ich war ja bei A. Okay, okay. Man kann nicht gleich bei der Hälfte. Alles klar. Konnte ich leider nicht verhindern, aber... Problem ist, man... Ich hab ja noch kein Feind hier sehen, guckst du? Ich bin mir nicht mal sicher, ob wir überhaupt welche mitspielen hier. Jetzt bin ich wieder bei C. Da. Da. Die Mensch scheint hier zu sein. Versteck mich mal hier in einer... Wahrscheinlich noch irgendjemand scheint hier zu sein, weil es geht ziemlich langsam. Das ist mit Avic. Das ist mein Ziel. Das ist mein Ziel. Das ist mein Ziel. Erste Hilfe. Damit setzt's gehen. Ja, das ist mit Avic. Ach, mein Held hat er gesagt. Das ist mit Avic. Okay. Scheint da noch jemand da, aber wo ist die Frage? Hm. Zu viele Feinde hier. Ich warte mal lieber, bevor hier... Können die vielleicht noch einsteigen denn? Ah, da oben, okay. Ich werfe ne Granate! Nein! Volle Becken, Granate! Oh! Ob ich ihn auf jeden Fall getroffen hätte, der da rum war. Ah, da haben sie mich War der Blödmann, der da oben in der Dings hier steckt hat Aber derzeit Position 1 Mensch, er hat wiederbelebt, mal gucken Ok Der Sinsemann war da Der Sinsemann war da Ah, der hockt da rum Ah, der nicht schon wieder Oh, der wiederbelebt, sehr schön Ok Mumpen wären ja lieber Ah Das hat er mich Und wenn wir mal lieber Mumpen mehr nehmen Ich habe ein Geschenk für Sie Ein bisschen Munition So, C haben wir offensichtlich erwischt A haben wir auch noch Ja, was sagt der Note Äh, ca. 70%, 75%, 7 Minuten, sagt er noch Ja Das heißt, er hätte sich auch noch runter machen Ach Der Feind ist hinter uns Ich sterbe, ich brauch Hilfe Aber es ist natürlich keine Ansicht, der uns hier Hallo, Sanitäter Kommt Also wirklich, wenn wir noch mal eben raus Hätte ich hier wiederbelebt Ich werde immer vom Panzer überfahren hier Einen hoffe ich Ja, ja, aber Trotzdem Fremdlich, eh Wie Fremdlich Feuer, um ihn an zu Ende Hm Na, ich spawne aber C Jetzt sieht es so aus, als ob C demnächst ist, dass er wieder attackiert wird hier A ist nämlich in Rhein-Nassant schon wieder gefallen Da zieht so nie weiter Jetzt haben wir als Sturmtrupp mal jetzt ran hier Na, Bertha ist auch schon wieder am Verlieren Ach Ja Ja Alles im besten Aufsicht Der Filler ist down, aber nicht von mir Alles im besten Aufsicht Alles im besten Aufsicht Alles im besten Aufsicht Na kommt der und wieder überlebt mich? Könnte sein. Seht nicht so aus. Und wenn, dann kommt er nicht mehr rechtzeitig. Hm. Klasse. So, also A sind feindes Hand. Okay, B-Hunt wird uns, aber C ist Magia. Also ist hier wirklich ein Kriegender Wechsel? Oh, feindlicher Panzer? Wir verlieren Ziel, Bertha. Hm, wir verlieren Ziel, Bertha. Hm, wir sind mumpeln, das ist schon mal viel wert. Ah. Alarm, wir laufen, um die Fahrtziel Cäsar zu verlieren. Warnung an alle Einheiten, wir haben Ziel Cäsar in Ruhe. So, Panzerar müsste eigentlich fast down sein. Ich muss in die Ecke. Na, da dran hat mir nichts. Tja, schon von Position 1 wieder auf Position 3 gerutscht. Und weiter runter. Ist ja trotzdem noch gut, oder? Na ja. Für einen Level 15 Spieler wahrscheinlich. Okay, Bertha ist noch ein feindes Handpast. Wie es aussieht, haben wir Zielbertha verloren. So, wir sind ca. 90%. Wir müssen auch schon ein Riesen-Update sehen, ja? Ah. Ah. Ich glaube die Fahrt 4. Ich habe ihn nicht ihr. Oh, ich habe ihn nicht ihr. ZacheLung. Oh, ich bin nie. Ich habe ihn nicht ihr. natürlich sofort gesehen 90 prozent bei dir das musste er dann jetzt relativ so kurz beim guten aber jetzt schwankt ja wie gesagt immer ja Was ist das? Wird fertiggestellt, also schon mal installiert oder was, keine Ahnung. Ja, also das war jetzt natürlich mit der Waffe, da müssen wir uns hier in eine andere Optik nehmen. Dann starten wir mal Gate B, vielleicht bringt uns das ein bisschen weiter. Hinter mir natürlich, also gibt's aber nicht. Du denkst dann, da legst du dir auf der Lauer und kannst auch den Alilien auch nicht schon hinter uns auf dem Turm und lauern da. Ja. Schlau. Mhm. So, ist er zerstört. Gut. Ich wusste, der kommt von der anderen Seite. Yuppie. Yuppie 26 hat nicht mehr. So sieht er auch aus wie so ein Yuppie. 48 Ticket zu 11. Das muss hier noch besser gehen. Also ran an C. Könnte man ja mal selber oben mit dem Panzer fahren, aber... Gibt natürlich hier, wenn du brauchst da. Oh, C wird eingenommen. Wo sind denn die ganzen Truppen, die jetzt hier irgendwo alle verteidigt haben? Sehr erobert. Gute Arbeit. Wir haben Zielfäser erobert. Stimmt aber auch nicht. Ah, da kam er wieder von vorne. Sehr kaputt, zweimal erledigt. Er hat mich schon fünfmal aufst. Hast du einen Clean-Erz-Feind damit? Aber ja, so Level 40 oder was. Fünf Tickets zu... Vier Tickets, das muss doch machbar sein. Ah. Spawns bei ihnen, du hast da von hinten von drei Mannen erledigt. Das ist wirklich schlimm. Ah, jetzt ist es. Wir sind vorbei. Leider nur dritter Platz im eigenen Team. Aber ein Sieg. Sieben Kills, zehn Meister. Oh, geht doch. Man muss aber dazu sagen, wir waren zwei oder ein Arania. Ja. Kann viel ausmachen. Und wir waren der beste Trupp. Bei zwei Trupps ist das mal so schlecht nicht. So, was habt ihr bei dir jetzt aber? Ja, Sieg, jetzt keine Zeit mehr, weil der ist ja angeblich am Fertigstellen steht hier. Wird fertig, also wird wahrscheinlich installiert. Und da siehst du halt nur im Balken, wie er von rechts nach links geht. Oder siehst du jetzt nicht irgendwie die Prozente oder wie viel Zeit er dafür noch braucht. Guck. Das dauert doch nicht so lange wie die Vorbereitung zum Runterladen. Das hat ja auch ewig gedauert. Mhm. Ja, so ist das, wenn man mal schnell zocken will. Ist nicht. Ja, ja. Das Zeug können wir ja schon. Einfach mal zwischendurch mal. Geht nicht, wie es aussieht. Nein. Weißt du mal eigentlich, wo die alle dieser, wenn du jetzt noch was hast, kannst du die ja auch mal eine andere Visierung bepacken. So. Ich weiß nicht, wie wird. Ja, ist immer nur die Standardsachen. Wenn du da jetzt zum Beispiel mal ein anderes Mal Galzini wird, musst du wahrscheinlich erst Komo oder was. Ich weiß noch. Ist sehr schwer rauszufinden. So. Jetzt sind wir auf. 6 zu 6 auf jeden Fall. 7 zu 6. Natürlich für ein Feind. So soll es auch anders sein. Ja, auf der Kalte, die wir zuerst gespielt haben. Seid ihr wieder in der Venue, oder was? Mhm. Wird also Zeit, dass du hier zu spielst. Und dazu müssen wir uns erst wieder als Team, glaube ich, vermeiden. Ja. Ich kann nicht erinnern, wie lange es dauert. Das ist ja. Ja. Ich kann nicht erinnern, wie lange es dauert. Ich kann nicht erinnern, wie lange es dauert. Ja. Ich kann nicht erinnern, wie lange es dauert. Ja. Gut. Gute Arbeit. Ziel hat und Eingenommen. Ziel, wir haben es, wir haben es erobert. Tsch. 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 Das da! Dort müsst ihr vorsichtig sein! So, wir sind jetzt hier mit drei hier im Panzer. Ah, sieh noch ein Pass. Das war unser erster Feindabschluss. Okay, bei A kommt auch irgendwas. Was? Geht ihr kaputt an! Hat der mich mit der Bazooka erledigt? Wir sind zu bei A. Okay, Mensch, es ist jeder, der ihnen hilft, ja, ist das wirklich? Mann, Mann. Was soll man dazu sagen? Wir verlieren in der Schlacht an Boden. Übernehmt die feindlichen Ziele. Was soll man dazu sagen? den linken heißt es war wirklich So, ich bin auch da. Oh. Wir müssen uns glaube ich erstmal. Nee, ich konnte dann für die zustiegen. Achso. Dein Spiel. Deine Schlacht. Ah klar, du bist sogar schon drin hier im Team, oder? Ja, ich habe Aufnahmen gestoppt, gestartet, also Hallöchen erstmal. Hallöchen. Jetzt greif Starthaube mit ein. Na. Mal gucken, wer du bist, wo du bist. Ich bin bei A, jetzt auf dem Weg zu B, weil B wird gerade... Ja, ihr seid alle bei A. Okay, dann bist du da vorne bestimmt. Ganz rechts, so bei der Brücke. Genau, du bist jetzt das Braunt hier. So. Das ist da vorne schon zu sehen. Aber... Granate für Sie! Du wirfst die Granate und ich kriege die Beschüsse, ey. Ehrlich, ja? Ja, sie wandelt ehrlich, aber, oder? Das ist die Frage, wo kommen die hier, oder? Oder das Panzer? Da bist du nur Medic, oder? Ja, ja. Ich wüsste ja nicht wie, nicht mit dir hinwerfen bei dir. Blo mit... Mit C, äh, mit Y. Medic 3. Ziffer 3. Fahrzeug getroffen. Oh, was hat er hierher geschossen, wa? Wer schießt hier her? Naja. Wer schießt, dass wir hier sind. Ich habe mich hierher getroffen, richtig. Oh, shit. Hast du mir gerade unter Kontrolle? Bin da jetzt, ja. Wird noch jeden von uns, oder? Ja, ich komme jetzt hier. Schnell ab. Komm, ich habe zwei erledigt, oder? Ja, kann durchaus sein. Ich kann aber wieder hinrennen. Ich bin hier auf jeden Fall. Okay, dann bist du gut gewesen jetzt. Oh, hier ist aber noch euer. Oh, hier ist noch ein Feind. Hier ist noch ein Feind. Happen, Happen, Happen. Okay, ja. Bin aber selber fast tot. Oh, da ist ein Scharfschütze. Der liegt an... Zwei Mann, zwei Mann, drei Mann, drei Mann. Knall die erst ab, da sind drei Mann... Ja, ich bin tot. Er hat mich. Ach, ja. Warum denn da wiederbelebt mich? Das ist ein Quatsch, liegen sie alle. Aber ich klicke scheiße, wenn sie mich holen, dann... Ja, aber trotzdem... Unter Anwurf. Wir könnten bei B trotzdem einsteigen, wo wir uns gerade eingenommen wird. Start mal weiter hinten. Vorsicht, Feind könnte da vorne... Da sind sie. Da sind sie da. Kann man hier von hinten rumkommen? Nee, hier ist schwierig. Kadao ist zu, auf jeden Fall. Ach, hat mich. Da ist einer am Zaun, jetzt. Kommt zu meiner Leiche, glaube ich. Nee, doch nicht. Deswegen kann es nicht mehr. Ach, hier. Er hat mich gesehen, er hat mich umlaufen. Hat er dich? Nee, er hat mich, ja. Der ist aber noch Level 50 aus oder so. Naja, so gibt es tatsächlich. Level C. Und dann wollen wir A einnehmen, dann starten wir mal nach Hauptbase. Dann tun wir uns mal A. Ja, unser Kommandant gibt uns zu Ziel, wir sollen A attackieren. Was macht die Kunst? Das ist immer gefährlich, hier kann natürlich jemand hier sein. Ja, im Haus. Ich habe eine Granate für Sie. Gut, ich lasse Sie an. Wer kommt runter, ich springe nur unter Wasser, oder? Die sind ja unter der Brücke schon, beruf, die kommen jetzt unter der Brücke durch. Den habe ich. Ein Meer gewesen, oder? Nee, ich habe nur den Ihnen gesehen. Okay, dann rück dich hier, warte. Halt still, das haben wir gleich. Achtung, Zielfäser ist verloren. Wir haben das Ziel eingenommen. Ziel, Data ist ja auch. Genau. Jetzt kontrollieren wir das Ziel. C soll man, wir haben noch nicht mal A geholt, wie soll man denn C? Oh, hier ist einer am Fenster. Im Haus. Appen, drehen. Oh. Hier ist noch einer. Das ist doch einer von uns. Achso. Der hat aber auf mich geschossen, deswegen. Weil ich keinen Namen gesehen habe, hier. Und hier Moment. Hier hinten randt einer. Wo? Bist du den Feind? Wiss ich nicht. Am Wasser? Einer von uns ist da langgewandt, aber... Ich gucke mal. Ich kann eigentlich die unterscheiden. So richtig. Er hat so einen grünen... Grüne... Nee, ne. Oh, nee, war doch ein Feind. Siehste, er würde mich von hinten erschossen. Wo ist er denn? Immer noch da? Genau bei mir. Direkt bei mir ist er. Ah, ich nicht gekriegt, guckste. Wer verbeugt dich? Hm, ja. Ich habe gedacht, ich renne weg. Bin tot. Naja, die sind ja auch eh noch mehr. Wer macht denn eigentlich unser Panzer rum? Unterstützt der uns nicht. Na, jetzt spawnen wir mal damit ein in dem Haus. Bist du in dem Haus drin? Ja. Naja, weil ja noch jeder von uns war. Aber die werden beschossen, da will ich. Na, der im Haus ist immer noch ein Feind. Im Haus bei mir? In dem Haus oben drin. Ja, und links. Links im Haus, wa? Nee, gewisse. Nee, sehen gerade nicht. Er ist nach oben gerannt. Er ist offenbar bei der Treppe auf jeden Fall in der Nähe da. Über vorsichtig. Spawn mal bei dir ein. Ich bin nöt. Oh, feindlicher Panzer kommt. Ach du Scheiße. Oh, ich werde von dem beschossen, weil ich nicht in Deckung gehen kann hier. Aber ab der Ding ist erledigt, da? Ja, ja. Der sollte tot sein. Feindlicher Tank. Da ist noch einer unten bei dem Auto. Sehe ich gar nicht. Die liegen da irgendwo im Feld. Ich sehe die immer gar nicht liegen. Es kommt je Panzer. Vorsicht hier. Oh, ich bin da hier drinnen, Alter. Wunderbar, wie wechselt der Stern nicht die Waffe bei mir? Ich weiß auch nicht, was das soll. Ich zeige ein Messer an, wie so ein Messer. So eine effektive Na-Kampf-Waffe. Bist du bei A? Ja. Ach man, Alter. Nee, komm nicht klar mit heute irgendwie. Wiss du nicht. Ich wollte jemanden heilen, aber geh irgendwie, kann man nicht klar, wer, ob eine Eingewöhnung wie das aussieht. Ja. Wir müssen härter kämpfen, sonst verlieren wir. Wir müssen härter kämpfen, haben Sie gesagt. Vielleicht sollten wir uns mal B holen. In der Hoffnung, dass wir nicht hier sehen werden. Irgendwann schießt die Mischung wie wild. Wir machen das mal von hier hin. Ich weiß nicht, wie viele Punkte die haben, wie viele wir haben es, ja. Naja, weil wir die alle Farben halten müssen. So, wir sind bei B und haben, glaube ich, B gut, B da eingenommen. Ich glaube, B ist unsatt. Weiter zu C oder B halten? Hier ist Munition und Heilung, falls du brauchst. Wir müssen eigentlich weiter, oder? Ja, wir machen zu C. Ah, vier Tickets. Was Ding ist hier lufen, wahrscheinlich? Drei Tickets. Wenigstens nicht mehr sterben. Ein Ticket. Warte, warum nur Musik? Dramatisch. Na, null Tickets. Aber für's, dass das Quadsortage leicht war. Aber nicht durch mein Zutun. Na. Das sagt mich. Bester Trupp war hier. Ach, hier, dieser Ralf hat mich auch 100 Millionen Mal erledigt. Da kommt in der Tatsache, der Charge-Schutzung mehr, oder was sollte die zweite Waffe von denen? Das ist ja wirklich relativ infanter, die wir können wo eine andere Variante spielen. Oder du musst mal eine andere Klasse testen. Ach, hier, der Medik reicht's aus. Oh, da dumm. War das Dengun, oder war das der da? Ne, der hat ja gar nicht beim anderen Waffen kriegt er nicht. Da muss er auf den Barschießen, dann kriegst er... Anfänger hier. Ja, okay. Sonst fehlt Frauen und ehem Mann hier. Hast du nix zu melden? Stahlauber hast du auch noch auf jeden Fall hier. Noch ne Strippe umgebunden. Ach, du Scheiße. Statt Kampf. Statt, dann wird er gut. So. Oh, ich bin. Oh, das Ziel dort, macht schon. Ne, sagen wir, Ziel, wie gesagt. Der Bahnhof. Die deutsche Stimme auch von der anderen Seite, ne? Hast du es? Ja. Ich habe keine Ahnung, ob wir hier richtig kommen, aber wir kommen viel zu blöde. Okay, wird abzudem genommen schon vom Feind. Wer rett ihr da, der Strasse, rechts Uhr? Ja. So, Granate ist leider hier drin gekommen. Oh, von oben. Oh, ich hab' beschossen von vorne irgendwo, ja. Und gerade zu. Hast du welche hier gesehen? Ja, die sind links. Oh, da, ja, ja. Hab' zeig' ich gesehen, an Hauswand steht da. Ich hab' zu überlebt. Oh, komm, du in Granate, glaub' ich. Hab' ihn. Oh, ja. Boah. Bist du hier? Oh, nee, macht schon andere. Oh, ich bin bei dir, Soldat. Oh, Goddard. Boah, der schießt hier mal so einen komischen. Ich krieg' ihn jetzt hoch, den Typ mit E. Okay. Genau. Oh, rechts, 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 rechts. was will ich mal an die schossen ok ich hoffe ich kann noch bald rein hier vorne bei der bahn zwischen uns liegt doch schon krass ich bin erledigt ich bin erledigt ich bin erledigt ich glaube da kommt er nicht zu b ja darf ich ihn nicht retten ja ich versuche doch geht nicht ich darf ihn nicht drücken steht da aber ich darf nicht verstehe ich nicht er ist hier schon neben uns glaube ich ich habe gesagt die stürme wissen wir wie er das von uns sagt einer von uns oder von dir ja da ist wieder ein haus dann habe ich habe ich mal getroffen alle nicht noch richtig er hat ich denke wir sind hier noch der ist doch gekrochen oder ja wir wollten ihm helfen das problem ist wir kriegen ihn keine doch c hammer wer ist hier hart umkämpft aber wir wollten mal vorstürmen vielleicht da war ich nach vor euch ne ich brauche heilung wo ist denn hier am sandsack danke straßenmann und dann gucken wir mal ob ich dich noch retten kann gerade so jetzt der moment die liegen da aber auch bb selber habe keine mumpel mehr ist doch scheiße heilung brauchst du auch oh hier ist ja einer ach erwischt endlich mumpeln los her damit oh ja die kommen jetzt wieder da an den oh ja haben wir uns überrannt jetzt oh hier sind sie alle oh alter haben wir uns überrannt schweine wappen ach scheiße mein retter wurde gerade getötet hm heute war ein guter kampf muss man sagen ja aber guck mal was die vier waffen haben hier alter ja das ist ja nicht mg42 oder wie die heißt und dann hier stg und dann ich wollte finde ich bisschen doof aber das war ja bei waffen noch nicht anders hm dass sie da hier mit den profis in in spä ja besser anstatt sie dir erstmal nur auch mit anfängern spielen lassen hm naja kc hat uns wir kontrollieren jetzt genügend ziele um den ausgang dieser schlacht zu bestimmen wir haben das ziel gute arbeit also schön hauber das ziel dato ok wir sind nicht wundern wenn die hier hoch bei c die die in der selben straße nach der wand kommen ok machen sie nicht bist du wieder an der alten position da? hm gleich wir sind zu dritt oder zu viert hier hm komm hoch oh oh ihr seid richtig schon bei b oh ihr seid richtig schon bei b halt ja los einnehmen jetzt wer ah ja die erschießen uns hier beim reingekommen Wir haben B, aber... Die sind ja aber zwischen uns. Hm, die sind bei B. Hinter uns, oah! Ich bin bei unserem Kumpel gestartet, der noch da war. Aber der ist gleich... War schon zingelt. Ja, der kann mir nicht helfen. Wenn er es nicht bekommt, ist er auch tot. Lange nicht gesehen! Links kommt jeder. Er hat mich schon, Alter. Krass, mit dem Gewehr. Wo ist er? Geradezu. Unter der Brücke. Krieg nicht. Oh, scheiße. Wer liegt unter dem LKW? Wen habe ich? Das ist der, glaube ich, der unter dem LKW lag. Und dahinter liegt noch einer? Ja. Also am Ende von der... Unterführung. Hm. Ich weiß, hat mich. Aber Beckett... Na, oder erschaffen als er mich retten wollte. Ja. Die sind auch zwei mehr. Das merkt man schon, oder? Letztendlich. Genau Elite, ne? Also Profis. Ja, zwei. Dreier. Hm. Die sollten trotzdem mit C spawnen, weil ich denke, dass die C erst misst. Durchhalten! Verteidig das Ziel dort! Die könnten natürlich von rechts kommen. Die könnten aber auch durch die Mitte da durchkommen. Gucken wir mal, ob sie hier von rechts kommen. Die kommen hier links. In der Gasse. Ja? Ja. Okay, komm mal. Hier! Granate! Ja, die sind da drinnen, in voller Kanne. Im Haus, in dem kleinen Gebäude hier rechts. Was? Oh, Granate. Hast du nicht erschossen? Der liegt bei meiner Leiche in der Nähe. An so einem Sandsack. Aber innen. Hast du ihn? Boah, ich werde immer noch beschossen. Scheiße. Okay, erstmal weg hier, komm. Richtig, richtig, richtig. Bruchselberheilung, so. Kurz überlebt, die Sache. Nachladen. Achtung, Ziel Cäsar ist verloren. Die müssen hier aber irgendwo sein. Dings. Dings? Warte mal. Nee, ich dachte, den hab ich nicht gesehen. Der muss, die müssen da in dem Haus oder was sitzen. Ja. Ja. Hab ich auch ne besondere Waffe? Wer steht los? Und wird er erschossen. Oh, die kommen dann zurück. Oh, lecker. Oh, lecker. Okay. Boah! Basuka hat er mit mir geschossen. Der kommt raus, hat immer daran gezielt und schießt. Ja. Ja. Ich hätte dich vielleicht nicht befreien sollen, ne? Ahhhh. Er ist ja auch weggesprengt. Hm. Ja, ganz schön heftig. Mhm. Ganz schön heftig, muss ich sagen. Wo startest du jetzt da? Wieder bei C, oder wo? Bei der Base an C geht ja nicht mehr, aber ich würde nochmal zur C gehen, genau. Ahhhh. Vorwärts. Erobert das Ziel dort! Jetzt hier mit Nebel dort sieht auch cool aus, oder? Da drin sind. Vor dir, rechter, ja, na und ja. Links auch noch. Werfe Granate! Okay, hab ich nicht gesehen. Links ist auf jeden Fall auch einer. Ja, die sind weiß. Hab ich? Sehr schön. Was? Ich hab's noch mal verteidigt, hab ich da ein Kippein? Ja, ja. Oh, verloren, ne? Aber immerhin. Ja, sicher, dass ich das. guckst du dir an der linke die uniform fehlt mir die g44 ist schon 16 na aber wir haben jetzt unterstützung durch ja der ist uns irgendwie zugestiegen schon in der runde ne oder weil der andere hier ist der Beckett oder wie der heißt der der hat auch schon ein bisschen weiterforscht ne der hat auch gut mitgemacht eigentlich muss man sagen hat der abwehrstielhandgranate gibt es hier sogar so dann gucken wir mal was haben wir jetzt ach so dass die gleiche nach die davon hatte wo ich etwas dann immer noch drei zwei eins wird hören wir uns als er verbrauchen hier mit seinem funkkasten auf dem rücken du doch hoch ist doch hier von mir ja ja du hast wohl so einen kasten auf dem wüster schaft dazu die sind die funker hier wird bestimmt schon im angriff sein und wir hätten vielleicht hier von der rechte so er verlinkt krieg beschuss sie straße ja 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 da ist einfach springen sehen glück wenn du die straße hinter dir hinterher gleich beschutzen krieg ich schon ja schon tot er liegt da an der ecke der liegt da geradeaus zu genau 12 uhr von mir noch in die richtung wo du gewesen wäre lasst mich an das erst ist er weg jetzt ist nicht der lauert einfach nur ok jetzt nicht immer irgendwie ist er scheinbar noch da sparen wir mal das da auch nur bei A weil die gründe jetzt scheinbar zu ihnen hin oder was die strahlt man bei ihm also da ist er nicht mehr glaube ich aber krab ihn warte vielleicht der weiß ich nicht genau so zwei Mann noch gerettet sehr schön erobert das ziel dort ok dann holt euch mal C Bertha ist verloren im Wendy jetzt wahrscheinlich der fein hat die Kontrolle über die Schlacht erobert seine Ziele ich kann sie rennen unter mir hier los erobert das ziel dort los erobert das ziel dort ich bin fast drauf wir haben diese Granate überhaupt machen ich kann es immer noch rennen bei mir aber wo sind die denn da ja irgendwo unten unter mir so quasi rum 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 rennen die hier oh ja ich habe einen Scharfschützer erledigt der stand einfach nur so rum warum nicht ne warum Moment Ladung sind scharfer da oh der hat die sprengt jetzt hier mhm ok oh ich habe bald keine Munition mehr scheiße dass ich zurück war wo waren die da bist du ok mhm ab zu C Mumpeln waren auf der anderen Seite bei B Mumpeln waren auf der anderen Seite bei B ich glaube hier drüben sind sie Koffeln bin ich sicher ja da ist sie ja da ist er oh er hinter mir ah toll wenn du den siehst jetzt wieder so ein Elite Typ da ja wo nur 2er haben sie noch ja das für einen Rang hast du er ist genau bei mir vorbeigesprungen irgendwie keine Ahnung ah er ist unter Angriff wir müssen ihr habt es gehört verteidigt das Ziel da ok da oben in den ersten siehst du ja genau bei dir da oben da vor dir vor dir da liegt der oder nee da ist er ja hier los hast du ihn nicht sehen an der Treppe? rechts an der Treppe da? da? ja an der kaputten Treppe da? vor dir? genau da 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 hab mal angeschossen aber er hat mich ehrlich Rang 12 bist du da bei mir hier? ne ich bin da auch nicht drin ich glaub dir nur zugeguckt ach so er hat ihn nicht gesehen ne aber ich glaube Packet hatten oder du hast ihn so ich komme mit schwerer Panzer Fahrzeuge ich höre mit dem Fahrzeug ich höre mit dem Fahrzeug ok ok oh scheiße hier sind sie warte ja hier sind sie wo bist du denn? hier oben ist er hab ihn angeschossen die sind über mir in der Ruine ok warte kann er scheinen keiner zu sein weil er hat links oder drück über die Rüstung geguckt so gerade viel weiter als den Feindeshang vor mir ist eh nah aber er hat mich scheiße aber ich liege safe eigentlich der Feind kontrolliert jetzt alle Ziele der Feind kontrolliert alle Ziele oder das ist Mist? das ist Mist ja Bewegung erobert das Ziel dort der tötet mich der tötet mich oh ich kann hier schon mal rein ok oh hinter mir den haben wir den haben wir hat er ja? ja hat er seine Munition geschnappt? wir haben jetzt die Kontrolle über Ziel Anton ich bin nicht drauf achso du hast ja in einem Visier nee ich hab keinen Visier achso ja 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 hier vorbeilaufen von uns die nehmen B ein ne? ja ok weil B ist eigentlich unser und die wird niedrig gemacht also geht runter komm jetzt erobert das Ziel dort oh wieviel geschossen von wir schwimmen gerade zu oder? Anton schon wieder? krass ist er bei uns hinten nicht? ja 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 ich sind hier genau ich stehe ja nur bei der Munitionskiste hier oder Heidenskiste wo man sich was holen kann scheiße nein ich wusste dass er da ist ja 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 halt der Sukk an der Hand ja 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 muss raus gar nicht gar nicht hier sehen durch die Tarnfarbe da dass da ihn erhielt wird gerade Anton haben wir? mal hm hm ich habe Schuss von geradezu bei B sind sie oh zack dort Scharfschütze hm ok ich hatte nicht mehr lange durch da ist das immer noch meine Runde boah krass ich bin bei dir Soldat ja danke dass du mir hilfst aber der kommt gleich hoch ja und hat schon ihn erledigt wieder und hinter mir ist noch einer ach wieder wieder dritt zu viert hier wieder ja von allen Seiten ja ja haben wir unser Freund Huck da in den Turm drange ich weiß nicht ob er den da überlebt so A ist unser B was macht das denn unser anderer der hockt da einfach nur der hockt da und wartet da ist Scharfschütze er dauert dass die da irgendwo kommen dann würde er sie abschießen wie das aussieht geradezu aufhör aufhör schnell weg hier mach was daraus hier Munition mach was draus links auf dem Turm auch versuch mal hier außenrum bisschen was zu erreichen ach hat er mich ein Feind oh Gott lass mal zurück er kommt er kommt er hat mich er hat mich und dich auch und es bädelt gleichzeitig auch sicher freut er eben keiner ja da war ich eh eh nicht alleine da ja dann sparen wir mal bei A nochmal dann sparen wir mal bei A nochmal zu dritt zu viert also A ist weg also A ist weg vielleicht bei C eins spawnen und dann aber hier ist auch Action hier rechts quatschen ja ich bin hinter dir aber okay oh tot scharfschützer ach ernst oben auf dem auf so einen Turm hockt der scharfschützer Level 9 kurs hinter mir kurs hinter mir da ist einer bei dir noch ja kurs das geht aber nicht oh komm jetzt ist einer bei mir ach für mich ist einer hier von uns ok da seid ihr ok in Folge euch mal hier wird gerade attackiert wir haben das Ziel eingenommen oh feindlicher Panzer ach du scheiße die war erstmal weg ja da bewegt sie auch ne ja hat doch noch geschossen mir ist zum Glück auch noch rausgekommen jetzt fährt er Achtung Ziel Cäsar ist verloren scheiße die Schweine haben das Ziel kommt der jetzt hier runter siehst du den Tank ne die können ja er hat ohne Sprengladung ausgelöst ja AP- ganz ruhig das wird schon wieder Sonst sterbe ich danke dann kommen die Garantie wir werden hier gleich von über den Seiten umgeschossen was wir mit dem Ticket jetzt machen dann schreiten wir unter oh nein oh jeder von uns oh bei B liegen Tote von uns also sind die alle bei B ja vermutlich ja auf jeden Fall zwei Tickets noch eins warte warte nur an Überlagen heute nicht mehr an seit war nicht schön die Gönner sind nichts ne naja ja guck's dir an das war auch nicht meine Runde oh er hat unseren Trupp verlassen jetzt obwohl dieser Becker der hochlevel 50 ist ja der ist 50 seine Waffen sehen rot danach aus kann ich nicht beurteilen sind immer die bei den Waffen wo ein Schloss voll ist ist immer der Rang den du haben musst um die zu kriegen du musst also mit der Wache ein bisschen spielen also MP40 muss ich krieg erst mit 6 ja genau dann kannst du noch einzelne Spezialisierungen freischalten dazu musst du dann aber erst also du musst Rang 6 das medic glücklich sein ja also mit medic relativ häufig gespielt haben ja die sind die mal probieren hier gewilligt die aus wenn ich in der Haar möchte dann klickst du auf die Waffe die du jetzt zum Beispiel hast einfach mal ruf und dann kannst du die schwarzen auswählen zeig mal eine andere sieht so russisch aus bist du ein Panzer? Ne, Baltec ist ein Panzer ne, bin noch an also schön, haubert das Ziel da hat haubert und haltest so viele Ziele wie möglich scharfschutzern wir kontrollieren jetzt genügend Ziele um den ausgang dieser Schlacht zu bestimmen ja cool, ein G vom Panzer hier ist schon fast wehe gekillt oder so hm wo noch irgendwas angeschossen wir haben Zielberta verloren hinter mir? hallo? auch hier? da im Fels und so wenn ich einmal ruhig halten würde wir gar nicht mehr schießen können wir müssen die Ziele des Feindes einnehmen wenn wir eine Chance haben wollen ich weiß und nachlaufen wir können drauf Bist du da? Oh. Ah, hab ich drauf gehangen. Jetzt haben sie sich da, aber ich habe euch ausgeschossen, da. Und die sind bei B. Aber ich hab ordentlich Punkte gemacht, denke ich mal, da ich da ein paar angeschossen hatte und ich hab auch ein paar gekillt. Ich glaube, hier kommt jeder, eh, voll mit Fein. Ach nie, du wirst es da, wir sind noch okay. Scheiße. Ich sag mal nicht, ob da noch ein Feind drin ist. Doch, doch. Geht so aus. Da ist er, Treppe hoch ist er. Oh, einer oben am Fenster. Ja. Rechts vom Haus ist er noch einer. Voll wieder mal. Ich sterbe! Obeck hat was im Panzer, oder? Mhm. Ist aber auch zwischendurch rausgesprungen wahrscheinlich und ich bin da draufgegangen und er ist dann wieder rein gegangen, oder was? Oder hat er repariert? Keine Ahnung. Kannst du ja in drinnen haben. Ja, sollten wir uns jetzt mal C holen. Erobern wir dieses Ziel! Die kommen mit. Man hört's aber, Feuer frei. Nicht hier, oder? Warum? Oh, die verzieht aber ja einen schönen Alter. Ab ihn! Gute Arbeit! Zielwerfer eingenommen! Gute Arbeit! Gute Arbeit! Guter Schutz! Hier ist Munition. Gute Arbeit! Gute Arbeit! Ist das unsere? Oh, die wird beschossen! Oh, ja! Oh, er wird beschossen! Oh, ja! Rechts kommen sie, vom Feld sozusagen, von hinten. Ja, wo der Panzer war, oder? Nee! Von der anderen Seite, von unserer Seite eigentlich schon. An alle Einheiten, wir haben die Landtagsfaktoren Oh, komm raus, da stand Schnee nach dem LKW Keine Chance Panzer ist unser, Panzer ist bei Tick Panzer ist bei C Achtung, wir haben die Granate Ach, ist ja alles feier Wo bist du denn? Im Haus drin gewesen Plötzlich steht ja neben mir Ich habe auch nicht geschossen Ich habe mich nicht verfallen, glaube ich Oben im Haus, erst runtergesprungen Komm mal, du hinter dir her Ja, hab ich gut Okay, eine Chance Ich habe gerade zugeguckt, aber wo die Messer hat, Lovic Bewegung, erobert das Ziel dort Oder wir holen uns mal B, vielleicht besser Oh, ist ja alles voll hier bei der Fahne hier Krass Walty steht da nur rum, macht nichts Oh, schießt man da Oh, schießt man da Oh, hier ist er hinter uns Im Busch Hat er mich, naja Hat er mich Hat er mich auch Oh, das ist erster Platz, zweiter Platz sogar, das ist ein dritter So Wir können immer noch gewinnen, Soldaten Was ist los? Ich hab ne Backe für Sie Ach, aber eigentlich Lustig jetzt auch so langsam Natürlich, wir sind noch nicht hier Noch lange dauert die Runde ja auch nicht mehr Erobert das Ziel dort, Soldaten Links rett einer Ich hab'n nicht getroffen, guckse Ich hab'n nur angeschossen, leider Boah, ist alles voll Ja, keine Chance Panzer ist auch noch da Sturmschutz 4 Gut, dann sollten wir C angreifen, glaub ich Ihr müsst härter kämpfen, sonst verlieren wir Ja, erobert das Ziel dort Komm' noch nicht durch wegen Spanzer sperren, wa? Ja, die Frage ist, wo ist da der Panzer noch? Krieg's von nix für Schuss Oder? Klar ist der Panzer Getroffen Nochmal getroffen Oh, können wir hoffen, dass es rauskommt Hier vorne ist links bei Ihnen, hast du ihn? Nee, nee, wo? Links am Hügel Da kommt ja noch runter, ja, der hat schon mal geschossen gehabt, ja Da sind einige auf den Hügel Und dann ist er ist down Und dann ist er es down Ja, links ist so neu, na dort wort man kann es nicht mehr naja aber ist der das ist doch mal aus dem abschluss mal gut meintet definitiv so dann zu sagen danke für zu sehen genau und bis zur nächsten folge so sieht es aus mit stahlhaube und mallor king 16 durch Tschö, 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 bin ja hohen.